Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ausgepackt hier aus dem Hause Modellburg König. Ich begrüße euch recht herzlich. So und heute habe ich euch den neuesten heißen Scheiß von Zwester mitgebracht und zwar nichts Ähnliches als unter der Nummer. Zwester 4824, in 1 zu 48 die SU57, Russia 5th Generation Fighter, also der neuste heiße Scheiß aus der russischen Kriegsschmiede. Wir haben insgesamt enthalten 5 Spritzlinge plus ein Klarsichtspritzling, 21 Baustufen, 249 Teile sind enthalten, drei Deckelvarianten und der Preis, das ist mit das Beste, kostet unter 38 Euro und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wir für diesen Preis so erwarten dürfen. Interessanterweise ist das Ganze hier mal wieder so aufgebaut, dass wir das hier nochmal das Deckelbild in schwarz-weiß sehen, dann in russisch und in englisch einige fairen Bearbeitungshinweise können wir hier erblicken, dann hier auch noch zur Deckelvarianten, zu der Anbringung, zu allgemeinen Hinweisen und ganz interessant hier auch, Zwester bietet hier ein Ständer an, den haben wir leider nicht im Programm, haben wir leider auch noch nicht ergattern können und also Variante 1, Variante 2, die Variante 2 ist die mitgelieferte Leiter, also hier die Startposition, wo es dann losgeht, vor dem Take-off. So, und ich würde sagen, wir werfen mal den ersten Blick, na komm her, jetzt, genau, auf die Anleitung, so, und hier haben wir, ja, wie üblich oder ganz traditionell bei den meisten Herstellern, die Teilübersicht, die sich hier wie folgt gliedert, auf die größten Teile kann man hier schön sehen, sind die aus einem Teil gegossenen Ober- und Unterteile dieses Bausatz, da haben wir die Klarsichtteile, hier auch noch mal die anderen verbleibenden Bauteile, so, und dann geht das Ganze schon los. Netterweise ist hier eine Figur auch enthalten in diesem Bausatz, also der Flieger muss da nicht ganz nackig stehen, ist immer ganz nett, finde ich. Ja, viel ist hier nicht zu tun, ihr seht das. Ich denke mal, ja, oder ich vermute mal, dass die größten Geheimnisse, weil das ist wirklich sehr, sehr heiß, dieses Flugzeug, richtig modern, dass da nicht alle super Geheimnisse mit integriert sind. So, hier könnt ihr euch mal die Anleitung angucken, hier haben wir ein bisschen Bewaffnung. So, handelt es sich um ein Tarnkappenflugzeug, fünfte Generation, also unserem Eurofighter ein bisschen voraus. Der Erstflug fand tatsächlich erst am 29.01.2010 statt. So, ich blätter auch mal weiter. Die Entdienststellung ist 2020 erfolgt, ist Stand heute, was wir wissen, sind zehn Prototypen gefertigt worden, plus zwei Serienfahrzeuge, das ist der Stand von Oktober 2020. Bis zu 20.000 Meter Dienstgipfelhöhe können wir erreichen und hat Mach 2+. Also ist, denke ich mal, nicht der schlechteste von der Ausstattung her. So, wo wir bei Ausstattung sind, Zwester spart nicht an der Zusatzbewaffnung, bis zu zehn Tonnen Waffenlast können getragen werden. Einiges haben wir hier, könnt ihr schön sehen, kann man sich dann aussuchen, welche Alternativen beziehungsweise was man dort verbaut. Dann haben wir hier auf der letzten Seite die Hinweise hier zu dem Ständer, der ist separat erhältlich, haben wir leider nicht. Dann hier die Leiter, kann man hier auch wunderbar sehen. So, und hier dann die Hinweise zu den Deckels, die angebracht werden müssen. Ich sag mal, die Allgemeindeckels, die spezifischen für das eigentliche Flugzeug, die haben wir hier. So, drei Varianten werden da mitgeschickt. Hier kann man nochmal die Übersicht über die Deckels sehen. Farben oder Farbangaben finden sich hier. So, und hier für uns relativ uninteressant. Hier sind die Zwester eigenen Farben, die die Firma Tamir, das ist der Ampoteur, nicht anbietet. Dafür hier aber als Alternative die Farben von Tamir. Das ist wieder ein großes Plus. Dann haben wir hier die andere Variante, das soweit damit versteckt. Und ich würde sagen, wir kommen mal endlich zum Kunststoff. So, ein großer Karton. Und dann würde ich auch gleich sagen, gucken wir uns mal hier die Ober-, äh, die Unter- und die Oberseite an. Könnt ihr schon mal sehen, also wenn ihr das vergleicht mit der Hand, ist schon ein richtiger Klopper in 1,48. Ich kann das gerne hier nochmal, also da kann ich mich schon fast hinter verstecken. Ähm, ja, haben wir hier relativ große Teile, wie ihr sehen könnt. Ähm, was einem auffällt, sind hier Detaillierungen. Wir haben hier, ähm, Gravuren. Was einem aber auch auffällt, dass, äh, Nietenreihen, ähm, ähm, ja einige Details weggelassen worden sind, die, äh, doch in 1,48 zu erwarten sind. Eventuell hat Zwester in diesem Maßstab einfach hochskaliert von ihr 1,72 Flieger. Äh, äh, wäre dann natürlich nicht ganz so schön, da müsste man eventuell nachhelfen. Kommt immer darauf an, welches Niveau man an sich, ja, hinlegt und was man dort an Geld auch ausgeben möchte. Alternative, habe ich jetzt gehört, ähm, soll es von Kitty Hawk geben, ist aber noch nicht erschienen, weiß auch noch keiner, wann der erscheint oder ob der tatsächlich schon erscheint. Stand heute, ähm, ja, ist dort nichts bekannt und man muss auch ganz ehrlicherweise sagen, es wird diesen Flieger nicht für 38 Euro geben. Kitty Hawk haben wir dann fast dreimal so teuer, die liegen dann um die 100 Euro und das ist natürlich schon eine Hausnummer. So, was der Flieger an Gravuren hat, das lässt sich blicken, das ist okay, da kann man nichts meckeln. Gucken wir uns das mal hier noch an, genau, dort die Angüsse, die müssen natürlich entfernt werden. So, gucken wir uns das mal von unten an. Dann, so sieht das Ganze von unten aus, hat, ähm, zur besseren Positionierung, zum besseren Ankleben hier kleine Stifte zum Fixieren, das schon mal nicht schlecht. Dann kommt das Gegenstück. Da gucken wir uns erst mal die Unterseite an, die ist natürlich viel interessanter. So, hier die Gravuren, wie gesagt, Nieten sind nicht dabei, ähm, es sieht so aus, als ob da Sinkstellen sind, ähm, sind es aber tatsächlich nicht, das wirkt jetzt wohl durch den Schatten so, wenn man es jetzt hier 1 zu 1 vor sich hat, sieht das nicht so schlimm aus, wie es jetzt hier auf dem Kleinkamere-Bildschirm, den ich hier zur Verfügung habe. So, ich drehe es gleich nochmal um, damit man die andere Seite sieht. Ja, für, äh, die Bundesrepublik Deutschland wäre es sicherlich besser, ähm, keinen Krieg anzuzetteln, also wir hängen so von der Technik doch ein bisschen zurück. Ich glaube, der Eurofighter hat 4 oder 4 plus von der Generation, das ist jetzt hier die fünfte, fairerweise muss man auch da sagen, das ist, äh, ja, wirklich bis auf die 10 Prototypen und die zwei Serienfahrzeuge oder Flugzeuge mit Stand Oktober. Ist das halt, was wir wissen. Ich meine, die Russen lassen sich natürlich auch nicht total in der Karte gucken, ähm, ja, wäre aber auf jeden Fall für uns nicht so ratsam. So, dann haben wir hier zwei gleiche Spritzlinge, hier haben wir, ähm, Bewaffnung, Zusatztanks, die Schubdüsen, ähm, ja, allerlei so Sachen, das kann man, denke ich, mal gut erkennen. Das sieht auch richtig gut vernünftig aus, hier, da gehe ich gleich nochmal in die Detaillierung, auch der Reifen hier. Ähm, ich weiß, äh, von der Firma Eduard, dass die Zubehör angekündigt hat, ähm, da sind einige Sachen unterwegs, um dieses Flugzeug noch zu supern zu können. Also die Wahl und Qual liegt dann natürlich, äh, ganz immer in der Hand des Modellbauers. So, hier aber erstmal schön die Details. Ja, also das ist auf jeden Fall gut gelungen, das fällt gut ins Auge. Genau wie hier, da hat das Schaufelrad. Auch das gut zu erkennen. Kleines Spornrad, auch hier, Bewaffnung, Raketen. Das sieht soweit gut aus. Drehe das mal um. Die Spritzlinge sind relativ groß, wie ihr seht. So, da ist die Pilotenfigur. Auch die macht einen guten Eindruck. Finde ich immer gut, dass ein Hersteller das mit beiliegt. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Pluspunkt. Wenn man da nämlich sein Modell baut, wie ich da die Arbeit mache, ist ein Menschen oder ein Manneken da drin doch immer eine, ich sag mal, eine gute Alternative. Alleine schon wegen dem maßstäblichen Vergleich. So, hier nochmal die Rückseite. Röchte ich euch ja natürlich nicht vorenthalten. So, hier nochmal interessant. Der Pilot ist eine hohle Nuss oder ein hohles Plastikstück. Da kann man das gut sehen. So, Angüsse gut platziert, meiner Meinung nach. Ist, denke ich mal, gut rauszuarbeiten. Da sollte es keine Probleme geben. Sinkstellen habe ich bis jetzt nicht gesehen. Auch für den Fischhäute sind zum Glück, sind wir auch mit verschont. So, hier kommen jetzt Teile noch des Flügels, der Flügelanlage. Hier ist die besagte Leiter. Genau, da ist der andere Teil. Links und rechts kann man sehr schön sehen. Fahrwerk ist ja auch gut zu erkennen. Nochmal umgedreht und dann geht es wieder in die Details. So, fangen wir mal mit der Leiter an hier. Nice to have auf jeden Fall, um das mal im Englischen zu sagen. So, hier die Flügel. Wie gesagt, Nieten, sofern vorhanden, sind nicht da. Gravuren, die in die Tiefe gehen, jedoch schon, kann man hier ganz gut erkennen. So, Teile vom Fahrwerk, die haben wir hier. Da wieder eine ganz gute Detaillierung. Ich drehe das Ganze mal wieder, so dass man es schön sehen kann. Ja. So, auch hier das Teil, genau. So, einmal von unten haben wir hier auch noch eine Detaillierung, gut zu erkennen. Also beide Seiten sind graviert, zumindest da, wo es natürlich Sinn macht. So, kommen wir hier zum nächsten Spritzling. Auch hier haben wir Zusatzbewaffnungen, kann man schön sehen. Diverse kleine Anbauteile, auch hier eine Detaillierung. Eine Auswerfermarke, links und rechts. Da muss man gucken, ob das Ganze dann nachher verschwindet oder ob das halt ins Auge fällt. Aber so gut oder so, wie ich Zwester kenne die letzten Jahre, ist das wirklich so geregelt, dass diese Sachen dann auch dort verschwinden, wo sie dann auch nicht mehr böse, böse im Auge sind. Huch, ein bisschen abgerutscht. Entschuldigt bitte. So, hier kann man da auch die Detaillierung sehen. Etwaige Auswerfermarken sind hier auszumachen. So, in die Richtung, genau, da geht der Pfeil. Dort die Rakete, auch das schön zu erkennen. So. Drehen das Ganze mal um. Dann gucken wir uns mal die Seite an. Dann das Teil von oben. Das wird das Unterteil sein. Genau. So kann man sehr schön sehen. Die kantigen Ecken. Das ist ja dieser Tarnkappeneigenschaft geschuldet. Ist bedingt tarnfähig. Jetzt kein hundertprozentiger Stealth-Flieger. So, hier kommen wir zum letzten regulären Spritzling. So, den haben wir hier. Ups, komm mal her. Ja, hier haben wir Teile des Cockpits, kann man gut erkennen. Der Auslaststüren. Auch das schön zu sehen. Denn vielleicht, wie ich finde, ein bisschen mager, wie das hier Ganze rüberkommt, muss man im zusammengebauten Zustand sich dann angucken. Wie gesagt, ich denke mal, dass die Jungs von Zwester, beziehungsweise dass die russische Zensur da auch erstmal geguckt hat, was denn da auch alles rein darf. Es sind natürlich immer noch Staatsgeheimnisse, auch wenn wir uns nicht mehr im Kalten Krieg finden, sind trotzdem Militärgeheimnisse immer noch Militärgeheimnisse. Da wird sich auch nichts dran ändern. Und jede Nation möchte sich dann natürlich nicht so in die Karten gucken lassen. So, auch hier Haltemarkierungen, damit das Ganze besser positioniert werden kann. Detaillierung haben wir hier oben. Dort der Schleudersitz, die Cockpitschale, so nenne ich es mal. Interessant ist auch, dass die indische Nation bis 2010 auch mit in der Wicklung mit dem Boot saß, ist dann ausgestiegen, aus welchen Gründen auch immer. Es wird aber weiterhin wohl noch an einer zweisitzigen Variante für Indien nachgedacht. Das laut Wikipedia. Wie gesagt, was dort Schluss und letztendlich dran ist, das weiß ich nicht. Wikipedia darf ja ein jeder bearbeiten. Deswegen sind solche Informationen immer ein bisschen vorsichtig zu genießen. So, extra geschützt haben wir hier die Klarsichtteile, die hier angeordnet sind. Die haben einen minimalistischen gelben Touch, sind sonst super klar gearbeitet, gefallen sehr gut. Die Ecken und Kanten, die ein bisschen hier schraffiert sind, die sind auch sehr schön wiedergegeben. Ich zeige euch das mal eben. Dann könnt ihr sehen, wie sich das Licht dort schön spiegelt. Genau, so. Also, man kann das ein ganz, ganz, ganz bisschen sehen, dass das ja so ganz kleinen gelblichen Touch hat. So, als ob da jemand geraucht hätte, möchte ich es mal sagen. Aber das fällt wirklich fast gar nicht auf. Und gerade nachher, nach der Lackierung, wenn da nur noch die Glasflächen zu sehen sind, sieht man davon absolut nichts mehr. So. Dann bleiben zum guten Schluss nur noch die Nassschiebebilder über. Die kommen in diese extra Folie. Ich habe das mal ein bisschen präpariert, auseinandergerissen. Einfach, damit wir da schneller ein bisschen zu Potte kommen. Ich lege die beiden Blöcke hier mal hier hin. So, kann man ganz gut erkennen. Ja, auf dem russischen oder osteuropäischen berühmten Blau und Papier, ich glaube, da gibt es nur einen Hersteller, der uns hier mal präsentiert wird. Gehen wir mal in die Details. So, haben wir einen dünnen Trägerfilm, wie ihr das hier sicherlich sehen könnt. Müsst ihr natürlich mal aufpassen, lange Flächen verleiten. Natürlich gerade, wenn es abgelöst ist, sich den auch zu verschieben. Da ein bisschen Obacht. Das wäre schade, wenn man das versaut. Sehr ärgerlich. Ich drehe das mal zur besseren Ansicht um. Genau. So, also wie gesagt, da wird nicht gespart an den Detaillierungen. Die Arbeits- und Sicherheitshinweise sind hier klar und deutlich wunderbar zu erkennen. So, hier haben wir das Cockpit, Teile des Bedienfelds, die verschiedenen Kennungen. Roter Stern darf nicht fehlen. Dann noch andere Varianten. Wie gesagt, auch hier klar und deutlich gedruckt das Ganze. Ein sehr dünner Trägerfilm. Auch das hier gut zu sehen. Ja, gut. Ja, und dann sind wir auch leider Gottes schon durch. Das geht ja mal rucki-zucki. Komme ich dann mal zur Schlussbetrachtung. Aber bevor ich das mache, will ich euch natürlich nicht vorenthalten, was hier auf der Rückseite ist. Weil hier wird das Ganze nochmal angepriesen. Was diese Stärken des Bausatzes sind, kann man das nochmal in gebauter Variante sehen. Denke ich mal, ist immer ganz nett als kleiner Appetizer, um mal so ein bisschen im Denglisch zu bleiben. Dann drehen wir dich nochmal um. So, auf der Schattenseite sind einige fehlende Gravuren oder Nietenreihen. Das ist sehr ärgerlich. Lässt darauf schließen, dass das hochskaliert worden ist von 1 zu 72, halt auf 1 zu 48. Aber auf der Haben-Seite haben wir ein solides Modell hier zu einem, ja, ich sag mal, mehr als attraktiven Preis. Also da können Firmen wie Kitty Hawk, Trumpeter und Co. überhaupt nicht mithalten. Was das angeht, muss ein jeder selber für sich entscheiden, ob er das attraktiv findet oder auch nicht. Wie gesagt, solider Bausatz, drei Varianten. Der neueste Heiferscheiß aus der russischen Militärschmiede. Dann bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, würden wir uns riesig über ein Like freuen oder auch über ein Abo von euch. Das ist immer sehr, sehr willkommen. Nur so können wir wachsen mit und durch euch. Dann sage ich zum Schluss, bleibt gesund, ihr Lieben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.